Und wir drehen mal hier ne Runde. Gladiators Feuer frei. 28 Ah, kaputt. auch nicht so ein noch durch Zwillinge Nehmen wir Kaserbrücken Na toll Hätten wir sie mal genommen Das war ja mal wieder ganz prima hier Da haben wir ja wieder schön alles vergeigen Junge, Junge, Junge Oh, guck, oh, 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 oh Wir kriegen doch eine Chance 40 Hat das jetzt klappt? Es hat geklappt Alter Hahahaha Schwein Schwein Meins, meins, meins Hart erkämpft Oh, gar nicht mal so übel Und heute gönnen wir uns mal eine Klon-Bahn aus Los gehts Das ist Das ist Ja. Ach, da ist er, kijk an, kijk an. Nehmen wir mal die Mitte. Die Mitte ist immer gefährlich. Ist schon mal nicht schlecht, ne? Muss es nur noch vorbeikommen. Jawoll. Fantastisch. Oh, nächste. Geil. Super. Ja, Mann. So muss dann. Dritte Folge. Hammer. Geil. Nummer 10. Nicht Dübel, sprach der Dübel, damit können wir durchaus leben. Sehr, sehr schön. Ja. 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 Das ist nicht riesig. Aber es ist doch noch nie. Ja. Jetzt hat er sich entschieden. Wir drehen mal hin auch eine Runde. Weil le Magic Monk haben. Los, mal schauen, ob der was sagt hier. Ah, da war er schon. Oh, der Schmalz-Topp. So, du könntest ja mal was reinpacken hier. So ein paar anständige Kronen. Oh, komm, 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 komm. So, mal sofort hier hin. So, 32. Komm, wir probieren mal. So, zwei, drei, die hat man schon. Du musst hör hier hin. Das wird noch nicht verstanden. Tja. Loppe. Tja. 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 oh rei kron wie sieht es denn hier aus? jawoll, geht doch! Number 3 Was haben wir hier 91? Los her! nehmen wir auch noch mit sehr schön So, dann schauen wir doch mal hier eine Runde rein, los geht´s, 4€ Einsatz. Schlechter Deal. So, dann schauen wir mal hier wieder an. So, dann schauen wir mal ein. So, dann schauen wir mal. Oh, die Settel. Ah, wir machen mal. Ach, Felder zurück, äh. 4.10 Uhr, weg. Das sind aber richtige Bilder kommen hier, welche die dich richtig knallen lassen. Unser Häuptling. Ah, noch ein paar mehr. 48, los, komm. Ach, gibt's doch nicht. Verflixt und zugenäht. Ich würde sagen, wir machen mal einen Spielwechsel. Genau, los geht's. Und es ist mal Zeit für der Runde Jokers Cap. Mal gucken, ob unser Kaper kommt. Okay. Genau. Los komm, zeig dich! Ja, du könntest auch mal gucken. Los, mach schon. Fühlt sich ja nicht mal vorbei aus. Was? Ja. 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 Ja, da hätten wir eine. Das klingelt schon mal. Ja. 72, naja. Da flitzt noch einer hinterher. Ja, da will bestimmt erst mal jemand Pause machen. Ja, da war's er. Ja, da war's. 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 Explosion. Los geht's. Und? Leider noch nicht. Zwanzig. Ach. Zwanzig. Ach. Na, das war ja wieder ein kurzes Vergnügen. Ja, kein Bonus hier. Sauerei. Und wir schauen mal, ob wir hier was holen können. Na, los. 4 Euro. Wir wollen Freispiele haben. Nicht zu knapp. Nachdenkt. Nachdenkt. Im Raum Vanja. Nachdenkt. Na, du kommst! Der hat der Eindeutig zu viel Hunger, Spürwechsel.